Hallo Fußballfreude und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Kickoff und zu einem neuen Projekt, denn heute startet Thieles Meinung. Ich habe es ja schon in meinem Trailer für 2020 kurz angekündigt. Thieles Meinung, sprich meine Meinung über aktuelle Fußballthemen, brandaktuell und vor allen Dingen auch eher dramatisch. Dramatisch ist vielleicht ein bisschen hochgesetzt, aber schon ganz klar darauf angesetzt, dass ich hier eine klare Meinung vertrete, die ihr gerne teilen könnt, die ihr aber eben auch nicht teilen könnt. Dadurch natürlich können wir hier sehr, sehr gerne diskutieren. Kontroverse Meinungen sind gerne gesehen und heute geht es natürlich nach diesem ersten Fußball-Bundesligaspieltag im neuen Jahr, nach dem 18. Spieltag, um Borussia Dortmund, besser gesagt, um ihren neuen Superstar, wie es ja schon oftmals heißt in den Medien, um Erling Haaland. Der Norweger ist ja von RB Salzburg gekommen und wir beantworten heute mal die Frage, ob Dortmund nun auch mit ihrem neuen Stürmer noch deutscher Meister werden kann. Dann ganz kurz zu dem Thema, warum ich es gewählt habe. Dieses Thema beschäftigt mich seit dem Samstagsspiel schon, denn vorher war natürlich Borussia Dortmund durchaus ein Kandidat für die Meisterschaft, aber es wurde schon gesagt, sie haben dort und dort noch Schwächen, das muss noch verbessert werden. Es wird spannend zu sehen sein, weil auch andere Teams aktuell besser sind. Nun ist Haaland da und nun ist Dortmund auf einmal Meisterkandidat, weil Haaland drei Tore gemacht hat. Gut, die hat er gemacht, das ist unbestritten, die hat er auch extrem stark gemacht, der Typ ist wirklich Wahnsinn, aber dass man jetzt davon spricht, dass Dortmund durch Erling Haaland deutscher Meister wird, finde ich, ist kompletter Schwachsinn und sehr, sehr weit hergeholt. Schauen wir uns mal das Augsburg-Spiel an. Dortmund, Augsburg 5 zu 3 Erfolg für die Borussen dank Erling Haaland. Ja, aber was zuvor passiert ist, das muss man sich nochmal sicherlich ganz genau angucken und das wird und muss dort natürlich auch analysieren. Denn Fakt ist, Dortmund lag zweimal zurück, einmal mit 2 zu 0, einmal mit 3 zu 1, mit einem Zwei-Tore-Rückstand. Und danach kam dann die Einwechslung von Haaland und danach wurde das Spiel komplett gedreht. Aber was zuvor passiert ist, war typisch Dortmund in dieser Saison. Das kann man nicht anders sagen. Denn Dortmund hat individuelle Fehler hinten geleistet oder sich geleistet, die man sich nicht leisten kann im Kampf und in der Meisterschaft. Was sie dort hinten gespielt haben, das kann man eigentlich nicht bringen, wenn man wirklich deutscher Meister werden will. Aktuell haben sie noch Chancen auf die Meisterschaft, ja, aber das liegt auch daran, dass keiner, wirklich keiner in diesem Jahr konstant gute Leistungen vorne bringt. Jeder verliert einmal, jeder gewinnt einmal, jeder hat eine Serie, die gut oder schlecht ist. Und dadurch ist auch noch jeder mit dabei oben. Die 5, 6, die dort oben stehen, können ja alle noch Meister erwähnen. Das ist spannend, das ist gut, aber jetzt zu sagen, dass Dortmund Meisterkandidat ist aufgrund Erling Haaland, finde ich, ist schon sehr, sehr weit hergeholt. Man muss einfach sagen, ein Meisterschaftsaspirant, der darf so einfach nicht auftreten. Und man hat ja auch schon in der Winterpause bei Dortmund gesagt, wir werden uns verbessern, wir müssen uns verbessern, wir müssen etwas tun. Was haben sie getan? Sie haben ihre ohnehin schon starke Offensive gestärkt mit Erling Haaland. Natürlich, wenn man so einen Spieler bekommen kann, dann muss man ihn nehmen. Unbestritten, das sage ich auch als nicht wirklich Dortmund-Sympathisant. Die muss man holen. Das ist natürlich faktisch klar, weil man eben auch im Sturm durchaus Probleme hatte. Paco Alcacer läuft so ein bisschen seiner Form hinterher, auch aufgrund Verletzungen. Ganz klar, sie suchen noch so richtig nach ihrem System. 3-4-3 war es jetzt in den Wochen vor Weihnachten gegen Augsburg nach der Umstellung auf 4-2-3-1, hat es besser funktioniert. Ich bin sehr gespannt, wie sie es nun nächste Woche machen werden, am nächsten Spieltag, in welchem System sie dort spielen werden. Auch natürlich die große Frage, was wird Erling Haaland machen? Aber, worauf ich gerade hinaus wollte, Dortmund hat einen Torentransfer getätigt, aber sie sind meiner Meinung nach noch lange nicht fertig auf dem Transfermarkt. Sie haben defensiv eklatante Schwächen. Auf der 6er-Position fehlt vielleicht auch ein Thomas Delaney, vielleicht auch mit seiner Ballsicherheit ein Julian Weigl. Man weiß es nicht, ich will es gar nicht beurteilen. Aber auch in der Innenverteidigung sieht es einfach nicht gut aus. Tempo-Defizite im Aufbauspiel, sehr, sehr viele individuelle, leichte Fehler. Das darf einem Meisterschaftsaspirant, jetzt mal ganz ruhig hier, das darf dem BVB in der Lage, wo sie sind, nicht passieren. Auf den Außenverteidiger-Positionen, Verletzungspech natürlich auch, Leistungsschwankungen wie bei Nico Schulz, die man sicherlich nicht erwarten konnte, die nun aber da sind. Und dann haben sie sich Erling Haaland geschnappt, sehr, sehr starker Transfer, aber ansonsten wurde nichts gemacht. Es wurde verkauft, aber es wurde kaum etwas gekauft und vor allen Dingen wurde nicht strategisch klug eingekauft. Dortmund will Meister werden, das wissen wir alle, das haben sie klar kommuniziert, fand ich, war auch richtig. Denn das haben sie im letzten Jahr komplett verpasst, dieses Ziel auch mal zu formulieren. Was aber auch wichtig und richtig dafür wäre, sind passende Transfers so tätig und auch mal einzusehen, dass man etwas machen muss. Bei mir fehlt jetzt so ein bisschen der Sinn dafür, um auch wirklich die Probleme zu erkennen. Denn aktuell ist Dortmund in der Haaland-Wolke gefangen. Sie dürfen sich zu Recht freuen, dass dieser Transfer auch schon im ersten Spiel so eingeschlagen ist. Ganz klar. Aber sie dürfen auch nicht die Dinge nicht beachten, die eben noch zu tun sind. Und das sind Sachen, die du noch ändern musst. Dortmund spielt einen attraktiven Fußball, größtenteils. Sie wollen es so spielen, aber es funktioniert nicht immer. Und damit es funktioniert, müssen sie vor allen Dingen auch in der Defensive noch nachlegen. Und vor allen Dingen müssen sie eben auch solche Fehler, wie wir auch schon wieder gegen Augsburg im Aufbruchsspiel im Passspiel gesehen haben. Solche Fehler musst du abstellen, sonst kannst du kein deutscher Meister werden. RB Leipzig ist in Topform. Bayern ist mittlerweile auch wieder sehr, sehr stark. München-Gladbach, Schalke, Leverkusen, auf die muss man alle auch noch achten. Es wird kein einfacher Weg. Ich glaube sogar, dass der Weg für Dortmund dieses Jahr deutlich schwieriger ist, als der im letzten Jahr. Bin ich überzeugt von. Mit Erling Haaland haben sie ihre Chancen erhöht. Aber sie sind automatisch noch kein Meister. Ich finde auch, man muss sehr, sehr gut auf den Jungen aufpassen. Er ist noch sehr, sehr jung. Er spielt gerade sein erstes richtiges Profi hier als Stammspieler. Man darf ihm jetzt auch nicht zu viel Verantwortung aufs Knie drücken. Man kann jetzt auch nicht sagen, wegen Erling Haaland werden wir Meister. Das funktioniert nicht. Das kann auch nicht Dortmunds Anspruch sein, dass sie all die Last, die sie haben, auf Erling Haaland abstempeln. Auch Marco Reus hatte so eine Aussage in der Art getätigt, weil natürlich jetzt auch die Vergleiche hochkam. Mit Pierre-Emerick Aubameyang, der auch in seinem ersten Spiel für Borussia Dortmund gegen Augsburg gespielt hat, auch in Dreierpack gestört hat und natürlich danach eine erfolgreiche Zeit hatte. Jetzt kann natürlich auch die Aussagen von Marco Reus beispielsweise, ja, wenn es bei Erling Haaland genauso läuft, freuen wir uns alle. Vollkommen verständlich. Aber das Spiel gegen Augsburg war für mich ein sehr, sehr schwaches Spiel der Borussia. Ich habe vor allem auch die erste Hälfte sehr, sehr intensiv gesehen. Da war nichts von Meisterkandidat. Da war nichts von attraktivem Offensivfußball. Aber was war, waren defensive Schwächen, waren enorm viele Fehlpässe und vor allen Dingen einfach unnötige Fehler, die du dir nicht erlauben kannst, wenn du in so einem schwierigen Spiel, wie es in Augsburg eben war, gewinnen willst. Danach kam Haaland in die Partie. Danach lief es rund, weil er natürlich auch drei Dinge gemacht hat. Wahnsinn, der Junge. Ganz, ganz klar, was der für eine Leistung gezeigt hat. Aber Borussia Dortmund ist in der Verfassung, wie sie aktuell sind, mit oder ohne Haaland, kein Meisterkandidat. Davon bin ich überzeugt. So, wie sie da aktuell spielen, können sie das nicht schaffen. Auch, wenn Haaland jedes Mal reinkommt und drei Tore macht, dann wird es natürlich deutlich wahrscheinlicher, aber trotzdem nicht wahrscheinlich genug. Denn die Schwächen, diese Defensivfarben, die müssen sie lösen. Und das ist meine ganz klare Meinung. Denn, die Frage lautet ja, wird Dortmund nun aufgrund von der Ankunft von Eiligen Haaland Meister? Und ich bin der vollen Überzeugung, dass sie es deswegen nicht werden. Tätigen sie noch ein bis zwei Transfers in der Innenverteidigung, auf der Außenverteidiger Position, vielleicht auch auf der Sechserposition, dann ist Dortmund ein ernstlicher Meisterkandidat. Stand jetzt sind Leipzig und Bayern deutlich stärker Schalke und Gladbach auf einer Stufe mit Dortmund. Denn, die beiden machen defensiv nicht so viele Fehler wie Borussia Dortmund. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung es geht beim BVB. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit Eiligen Haaland. Jetzt fordern natürlich auch viele direkt mal einen Stammplatz, eine Stammplatzgarantie, natürlich auch einen Startelf-Einsatz im nächsten Spiel. Auf solche Sachen bin ich sehr gespannt. Aber ich bin überzeugt davon, wenn der BVB so weitermacht wie aktuell, wenn sie defensiv weiterhin so Schwächen zeigen wie aktuell, und wenn sie Haaland als Hoffnungsträger aufbieten, dann wird es schwer, weil dann werden eben die Schwächen, die sie haben, nicht wirklich beachtet. Dadurch wird sehr, sehr viel Druck auf Haaland gesetzt und dadurch ist auch der Meisterschaftskampf sehr, sehr schwierig zu gewinnen. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung es geht. Du kannst ja jetzt mal gerne deine Meinung in die Kommentare schreiben, denn das interessiert mich sehr, was du auch von diesem ganzen Thema hältst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Nächste Woche Montag, wieder Thieles Meinung um 8 Uhr abends, wie du es ab jetzt hoffentlich auch gewohnt bist. Teil das Video sehr gerne, wenn es dir gefallen hat. Wie gesagt, es geht hier um kontroverse Meinungen. Jeder hat seine Meinung. Das ist meine zum BVB, das ist meine zu Eiligen Haaland, zum Meisterschaftsrennen. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung es dort geht. Deine Meinung ab unten in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, ciao, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, ciao, bis zum nächsten Mal.